Moin Leute, ich bin's Nina, eure EWE Smart-Geberin. Heute kurz um smart, teure Roaming-Gebühren im Ausland vermeiden. Solltet ihr in eurem Handy-Tarif keine Auslandsfälle haben, achtet darauf, dass die Option Daten-Roaming auf Ausgestellt ist. Solange ihr euch nicht im heimischen Netz befindet, kann euer Handy dann keine Internetverbindung herstellen. Wie das geht, zeige ich euch anhand eines iPhones. Mit Android-Geräten ist der Weg aber fast identisch. Geht hierfür in die Einstellung eures iPhones, dann auf mobiles Netz und deaktiviert hier den Punkt Daten-Roaming. Das war's auch schon. Checkt auf jeden Fall meine anderen Backpacker-Hacks, in denen zeige ich euch, wie ihr ohne Internet navigiert werdet oder euer Handy vor Diebstahl schützt. Bis dahin, eure Nina.